Hey yo was geht hier ist euer Rap Marek und der Wuchtier ist auch dabei und wir haben für euch eine chillige Location und zwar Lestas Haus. Das ganze hatte ich schon mal damals aufgenommen, es funktioniert aber wunderbar und das ganze geht natürlich noch auf der PS3, ihr müsst erstmal aufs Dach hier rauf klettern, also wenn ihr Langeweile habt, probiert das mal aus, ist recht witzig und dann müsst ihr euch erstmal hier an der Antenne ranstellen, dann zeige ich euch erstmal nochmal wo es genau ist, das befindet sich genau da, dann öffnet ihr das Handy und holt euch den Adder. Aber wichtig, ihr dürft nicht mehr als eine Million, Entschuldigung, weniger als eine Million haben, weil ihr sonst euch dieses Fahrzeug wirklich kauft und das wollt ihr natürlich nicht. Deshalb unter eine Million kaufen und dann wechselt ihr den Playstation Store und genau das ist ja der Sinn der ganzen Sache. Ja Leute und wenn ihr dann den Playstation Store verlasst, dann habt ihr manchmal Glück und dann kommt ihr gemeinsam in eine Sitzung und dann seid ihr gemeinsam im Haus von Lester drin. Bei uns war das leider nicht so, aber wenn ihr da Glück habt, kommt ihr da mit eurem Kumpel gemeinsam in Lesters Haus. Joa, eigentlich ganz easy und ja eigentlich war es das jetzt hier von uns wieder, also Leute, kommt mir, disliked, besucht mal vom Kollegen Buchti, mal seinen Youtube Channel, also Leute, haut rein, ciao. Ciao Leute, haut rein. Ciao Leute, haut rein.